Bäm Leute und herzlich willkommen zurück zu Undertale in den Hotlands, wo wir von schwarzen Rüstungen angestarrt werden. Aber ich glaube, ich werde einfach mal jemanden anrufen. Einfach so aus Jux und Dollerei. Wie wäre es mit Toriel? Papyrus. Ein mysteriöses Wissenschaftsaus. Das Schild aussieht, sagt Lab. Lab? Wie ein Laboratorium. Laboratorium? Das bedeutet, dass es Hunde innen gibt? Ich meine, ich würde es nicht ausrufen. Vielleicht sind es ja Hunde. Wer weiß. Ich werde erstmal kurz hier gucken. Da war eine riesige Tür, ne? Oh, da kann ich... Warte, 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 warte. Immer mit der Ruhe. Erstmal umschauen. Äh, hi. Tralala, ich bin der Riverman. Oder... Bin ich der Riverwoman? Das ist nicht wirklich wichtig. Ich würde gerne in meinem Boot fahren fahren. Wollt ihr mich anwenden? Nee, komm, es war... Ja, okay. Jetzt habe ich schon ausgewählt. Ähm. Ich hoffe, ich kann da wieder zurück. Ich hoffe, das war jetzt keine Fehler. Tralala, eat a mushroom every day. Warum? Denn ich weiß, dass du mich hörst. Okay. Lass mal stecken, Bruder. Komm, wir gehen. Tralala. So, du bleibst hier. Weil hier ist nämlich die Kiste, genau. Das wollte ich nämlich. Um ein paar items mitzunehmen. Äh, Monster Candy. Ja, das war's, ne? Das ist Dog Residue. Ich weiß nicht. Aber immerhin ein Heileitem haben wir. Yes. Hotland. Schön auch der Hundekopf vorne am Boot. Sehr schön. Ähm. Ähm. Tami Village. The room before... The darkening lantern room. Okay. Was, was, was ist damit? I don't know. Auf jeden Fall, äh, äh, danke, Dude. Ich hoffe, ich sehe dich nicht mehr wieder. Ja, ja. Okay. Was ist mit euch, Schätzchen. Sorry. Undyne, like, told us there was totally a human in the area. So, like, us royal gods are blocking off the elevators for now. Mh, ja. Even if the elevators, äh, aren't working anyway. Well, you are best, Miss Undyne. What? 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 Okay. Ich glaube, der versteht mich nicht. Hauptsache, das wird nicht... ...bewacht. Jaaaaaaah! It's you? Ja. Das bin ich. It's too dark to see near the walls. Hä? Ich will doch nur... ...den Abfalleimer untersuchen. Egal. Ja, da... ...dann halt nicht. Ist, ist okay. Ich gucke mir trotzdem alles an. Okay. Äh... Oh! My! God! Ist das eine Sie oder... ...I, I didn't expect you to show up so soon! I haven't showered, ...I'm barely dressed! It's a messy end! Brien... Ehm... ...Hieyah. I'm Dr. Alphas . Ah, ist das ein R? Das Schrein macht mich für sie. So, ah, ich möchte dir helfen. Using mein Wissen, kann ich dir durch den H? Ich weiß nicht, was ich in Asgore's Castle ist. Well, eigentlich, um, da ist nur ein kleines Problem. A lange Zeit habe ich ein Roboter, Mettaton. Originally habe ich ihn für ein Entertainment Robot gebaut. Uh, you know, like a Robotic TV Star or something. Anyway, recently I decided to make him more useful. You know, just some small practical adjustments. Like, um, anti-human combat features. Uh, of course, when I saw you coming, I immediately decided I have to remove those features. Unfortunately, I, uh, may have made a teensy mistake while doing so. And, um, now he's an unstoppable killing machine with a thirst for human blood. Hehehe. Uh, but, um, hopefully we won't run into him. Das Schöhn. Cool. Did you hear something? Oh, no. Oh, yes. Welcome beauties. To today's quiz show. Oh, boy. I can already tell it's gonna be a great show. Everyone give a big hand for a wonderful contestant. Um. Never played before, Gorgeous. No problem, it's simple. There's only one rule. Answered correctly. Now you die. Um. Metatron. Cry, okay, we, 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 wein. Screaming is against the rules. Let's start with an easy one. What's the price for answering correctly? Um. More questions, wahrscheinlich, ne? Right, sounds like you get it. Um. The quiz show continues. Um. Here's your terrific price. What's the king's full name? Um. Asgore Dreamer. Correct. What a terrific answer. Enough about you. Let's talk about me. We haven't even talked about you. What are robots made of? Metal and magic. Hoax and dreams. Snips and snails. Sugar and spice. Metal and magic? Too easy for you, huh? Here's another easy one for you. What? Two trains? Train A and Train B. It was a maternity. Departed. Station A. Um. 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 It's not a joke? What's a joke? It's not a joke. Oh. Don't count on your victory. How many flies are in this jar? completely utterly wrong let's play memory game okay what monster is this this is a frogo of froggies du blödes arschloch okay you get this one would use moochy ghost ja gut ist wahrscheinlich alles falsch guck mal die zeit geht hoch oder oder hä ja geht hoch nur dann warte ich einfach ne ging die vorhin auch schon hoch und ich glaube nicht ne vorhin ging sie runter ich warte dann mal ich hab zeit du ich hab die aufnahme erst gerade angeschmissen ich kann da noch ein stündchen warten es muss ja was zu bedeuten haben dass die zeit hoch geht oder nein ok ich bin aus versehen bin ich nach rechts gekommen okay na gut ich schrei mal weiter hier ist ein einfaches ähm wie viele länder in dem namen mitte ich kann auch gar nicht flüchten ne ich hätte ein item aber ich weiß nicht ob ich das benutzen soll nee komm okay time to break out the big guns okay dating simulation okay what is mu mu's favorite food ice cream but it's nail flavor golpes alpes 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 you arrent helping our contestant are you or you should have tell me i'll ask a question you'll be sure to know the answer to Aber das Mr.SR has a crush on Oh shit The human? Ja ne? Das bin ja ich Seriously? How conceited can you get? I love it And while you are completely wrong You deserve some credit I've seen her watch you on her computer screen Ah es ist doch ne höher Naja egal Smiling when you succeed Shrieking when you fail And always always whispering No wrong you have to go that way In its own way Is this not love Well 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 With Dr.Alpha's helping you The show has no dramatic tension We can't go on like this But but This was just a pilot episode Next up more drama More romance More bloodshed Until next time darlings Woosh Woosh Oh Well That was certainly something Wait Wait I have to heal Let me give you my phone number Then maybe if you need help I could Where did you get that phone? It's ancient It doesn't even have texting Wait a second please Okay Here I upgraded it It can do texting items Items It's got a key chain I even signed you up for the undergrounds Number one social network Now we are officially friends I can do the bathroom Oh god Can I come? Habe für einen freund gefragt Ähm Habe für einen freund gefragt Ähm Ähm Ja lass mich doch bitte nochmal speichern hier Einfach um ein bisschen das Leben aufzufüllen Dankeschön Dankeschön So Bum 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 So kann ich jetzt hier irgendwo was gucken A garbage can Well it's pretty cute Okay Ah immerhin It seems like the notes to something But it's all written in chicken scratch In chicken scratch? It seems like a walkthrough to a game or Ja durchlesen Wichtig Es ist ein Computer Es ist ein bisschen wie ein Puzzle in Snowden Hä? Es ist ein beat-up Theorin Of a female human with cat ears Ähm Würde ich auch schlagen Fridge is filled with instant noodles and soda Ja nimm Nimm Take it Kann ich noch eins nimm? Oh Es ist ein empty bag of dog food Ja nimm auch Höch Höch Space behind the wall Is only a few feet wide Ooh The bathroom sign Ich kann nicht rein. Schade. Bevor ich da hochgehe, da komme ich nämlich nicht mehr runter. Okay, da geht's raus. Alphys updated status. Just realize I didn't watch on the fight, the human. Ja, das ist traurig, ne? Das ist nie hier oben. Scientific books, they seem very dusty. All these books are labeled human history. You look inside a book. It's a comic of a giant robot fighting a beautiful alien princess. This doesn't strike you as very accurate. VHSs and DVDs of various cartoons. They are all labeled human history. All these books are labeled human history. Schade. Look inside, it's a comic book. Two scantily clad chefs are flinging energy pancakes at each other. Okay. Sure. It's a comic book again. Uh, hideous, 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 glaube ich. Android is running to school with toast in his mouth. Seems like it's late. Okay. Pink goop drips from this strange machine. Aha. Aha. Das blut aus havis neuen Augen. Das ist ein schönes Bild übrigens. The wardrobe is full of dirty lab coats and a single clean dress. Letters from many monsters here, frock it, snowy, doggo. They're all unopened. An incredible invention. When not in use, this bed folds into an extremely easy to draw a box. It's a promo poster for Mettaton's TV premiere. And the flap, it says, thank you for making my dreams come true. Alles klar. Na dann. Ich kann immer noch nicht ins Badezimmer. Naja. Ähm. Ich kann ja mal anrufen. Dimensional Box. A and P. Wab der fuck. Ach so, das ist. Ah, ich kann jetzt auf meine. Box Zugriff. Ach so, hat das gemeint. Aber ich, 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 ich kann sie nicht anrufen. Also alles installiert außer die Nummer zu dir. Die hast du mir nicht gegeben. Ähm. Ah, ich weiß, sie ist unbekannt. Ich werde sie später fragen. Okay. Von daher muss ich den Menschen aufrufen und sie zu holen. Mach du das. Ähm. Okay. Vulcan. Ähm. Okay. Ähm. Ich kritisier es mal. Tell Vulcan that it's attacks are not helpful. Äh, not helping? Okay. Oh, das ist traurig. Stand in der Körner. Ähm. Da komm jetzt. Umarme dich. It warms your heart. And your whole body. Ouch. Ah, so nervig. Äh. Whoa, 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 whoa. Chill, chill, chill. Chill, chill. Okay. Alles klar. Das war gar nicht so schlimm. Okay. Okay. Sehr gut. Der wuschende Geräusch von Steen und Korken, die dich mit Determination befindet. Magma-Chamber. Ich mag das Telefon benutzen, ich will das nicht machen, alle Mau. Ja, dann würde ich sagen, ich flirte mit dir. Der hat ein beeindruckendes Wingspan. Huh? Du schicko? Okay. Aua! Ja, dann kommen wir ein bisschen näher. Wir sind nahe zu dem Sonarplan. Aber nicht zu nahe. Äh, Mensch! Ähm, okay. So, der wuschendlich bums dich mit seinem Wings. Okay. Äh, ob ich das richtig mache? Aua! Hm. Dann mach ich nochmal Approachen. Was soll ich machen? Was soll ich machen? Ach so! Das heilt mich, das ist ja grün, stimmt. Ich mach nochmal. Ich will mich, ich will mich heilen. Ach, jetzt macht's nix mehr. Oh, looks so, dann schreit die Nase auf. Okay, tschüssi. Kann ich hier was machen? Nee, da kann ich nur runter. Okay. Na dann. Hui! Okay. Hui! Dann geht mal nach links. OMG! I've had my claw over the last digit for five minutes. OMG! I'm just gonna do it! I'm just gonna call! Ring, ring! Click! Where was calling? How much before you answered it? Okay. Umm. Uh. Hi! So the blue lasers, uh, I mean, officer, hi! The blue lasers won't hurt you if you don't move. Orange ones, um, you have to be moving and they, um, they won't, um, move through those ones. Ah, bye! OMG! I did it! Uh, claws haven't shook like that since Undyne called me to ask about the weather. Okay. Moment. Da möchte ich eigentlich erstmal kurz noch nach rechts gucken, bevor ich da weitergehe. Hier. Da ist nämlich nichts. Okay. Gut, dass ich nachgeguckt habe. Oh, Moment, da geht's noch nach unten. Pyrope, bounce towards you! Ähm, was bist du? Cool down. What's the deal? Okay. Alles klar. Smells like rope burn. Invite? Sorry, I'm all tied up. Okay. Okay. Okay, okay. Äh, kidup? Crank up the thermostat, and Pyrope begins to get excited. Okay. Hot, hot, hotter, hotter! Da muss ich doch mal nicht durchlaufen, ne? Fuck Wird mehr Wasser? Okay Na dann Okay Uh, nein Aaaaaaah Die Raum ist melding Okay Na dann Tschüss Okay Was ist hier unten? Okay Ich will auf jeden Fall nach links Ui Was haben wir da? Das ist ein Freipan, lying on the ground Willst du es nehmen? Natürlich Ähm Warten wir mal Stats Wir haben 4, 7, 0, 10 Wie sieht es jetzt aus? 4, 10, 0, 10 Okay Ich weiß nicht, was das in den Klammern bedeutet Beziehungsweise was das bedeutet vor den Klammern Keine Ahnung, man Äh, wir gehen auf jeden Fall Zurück Rechts ist nix Ey, Alter, ich wollte da rechts Okay Das ist nix Alles klar Dann tschüss Jetzt das andere Wieder hier, ne? Die Ballettschuhe Genau Das sie mich erkannt hat mit den Ballettschuhen Alter Das fällt aber früher ein. Wo? Ich dachte schon. W-what the fuu? Okay. Was ist das? Es ist ein Wunsch. Ja, klar. Cool. Oh mein Gott, ich habe vergessen, wo sie gehen müssen. Cute pic von mir jetzt. Es ist ein Bild von einem Garbage-Can mit vielen pinken Glittery-Littern. Okay. Ah, das ist hier. Äh, 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 die Nordrhein-Pür wird geschlossen, bis du löst die Puzzle auf der Seite und der Seite. Ich, äh, äh, ich denke, du sollst zur Seite zu gehen. Okay, machen wir das doch mal. Hui! Ähm, hi? Ich weiß nicht, ob es nicht lustig wäre, wenn ich das Puzzle erklären würde. Nö, nö, komm, ich rufe dich mal an. Kann ich das? Nee, kann ich immer noch nicht. Ähm. Ähm. Yo. Skit up. Äh. The way to work is... Ah. The way to work is blocked, so I had time to catch Mettaton's show on my phone. The special effects were amazing today. That human almost looked real. Mettaton, yeah, he's the most popular star on the underground. This Soundclub probably has at least two, no, three thousand members. Ähm. Ah, ja, sorry, ein Reddesigner. Was steht denn hier? Huch. Ähm. Moment, kann ich, kann ich noch mal? Dankeschön. Shoot the upper, the opposing ship. Remove the boxes to complete your mission. The door leading through the area is closed, so I tried a puzzle. But I kept running out of ammo. And it keeps restarting. And my two co-workers won't help. It's like they don't even wanna go to work. Okay, wie kann ich... Ich hab zwei Schüsse. Aha. Ja, okay. Das war easy. Ich hab dich mal verstanden, was ich gemacht habe. Okay. Haben wir gelöst. Dann nach links. Und in the ring. Alphys, here. That blue laser seems totally impassable. But, as the right scientists, I have some tricks up my sleeve. I'll hack into the hotline laser database and take it out. Oh, das war praktisch. Danke. Okay. Finally, someone turned off that laser. Now that we're free, we can... Well, I guess we'll just keep standing here. Das klingt gut. We were hanging out, when suddenly a bunch of puzzles reactivated out of nowhere. This is a huge problem. It rules. They've gotta cancel school over this. Okay. Okay. Ja, 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 ja. Move the boxes. Okay. Alles klar. Okay. Zwei Schüsse. Okay. Also, wir bewegen alle. Okay. Cool. War heftig. Okay. Tschüss. Viel Spaß noch. Okay. Whatever. I'll just explain it. W-w-w-w-was explains too? Uh, I think, um, hey, how about the puzzles on the left and right? They're a bit difficult to explain, but, um, y-you worries so often? Awesome. You're not looking at me, I thought you were stuck with me all the time. W-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w. Oh. Oh, no. Oh, yes. Welcome beauties to the underground's premiere cooking show. Hello. Cooking with a killer robot. Nice. Preheat your ovens, because we've got a very special recipe for you today. We're going to be making a cake. My lovely assistant here will gather the ingredients. Everyone give them a big hand. Yeah. We'll need sugar, milk and eggs. Go for it, sweetheart. Great job. Just put them in the middle of the counter. Perfect. Great job, beautiful. We've got all of the ingredients we need to bake the cake, milk, sugar, eggs. Oh, my. Wait. A magnificent moment. How could I forget? We're missing the most important ingredients. Meine Sine. A human soul. Ah. It's coming to me. Ring. Hello. I'm kind of in the middle of something here. Oh, wait a second. Couldn't you make a... Could you use a... Could you make a substitution in the receipt? A substitution? You mean a different non-human ingredient? Right. Ah. What if someone's... Vegan. Vegan. Well, I mean... That's a brilliant idea, Alphys. Actually, I happen to have an option right here. MTT brand always convenient. Tume and soul flavor substitute. A can of which is just over on that counter. Well, darlings, why don't you get it? Ich will ja nicht sagen, aber, ähm, du hast schon Eier und Milch. Die Milch könnte vegan sein, wer weiß. Aber die Eier definitiv nicht. Also. Ich komm mich jetzt mal um. Still fiddling with that microwave, darling. Can't blame you for being totally anarmored with an electric box. Die Oven looks like someone forgot to preheat it. Ach. Was haben wir hier? Ähm, ist es eine sehr gute Idee, einen Snack zu bekommen? Well, ich glaube, ich sollte dich wirklich nicht beurteilen. Nachdem ich bin derjenige, die Potatochips in meinen P.J. zu essen. Ähm, ich meine, hey, geh auf die Seite. Okay, hier haben wir nix mehr. Die Käse möchte ich noch anquatschen. Oh, schade. Ähm, tschüss. Ähm, tschüss. By the way, our show runs on a strict schedule. If you can't get the can in the next one minute, we'll just have to go back to the original plan. So, better start climbing, beautiful. Oh, no. There's not enough time to climb up. Fortunately, I might have a plan. When I was upgrading your phone, I added a few features. You see that huge button that says, jetpack? Watch this. There. You should have just enough fuel to reach the top. Now, get up there. Ähm, ähm. Muss ich das einsammeln? Nee, ne? Oder oder? Ach so, nee, das ist wahrscheinlich nicht gut, ne? Okay. Aua, 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 aua. Aua, 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 aua. Aua, 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 aua. 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 Kriege ich überhaupt Schaden? Habe ich irgendwo Leben? Egal. Wir machen sie einfach mal. Aua, 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 aua. Ui, ja, Popcorn oder was er immer. Huh. Uuh. Ja, okay, okay, okay. Easy. Und wir schaffen's nicht. Mei, mei. It seems you've bested me. But only because you had the help of the brilliant doctor Alphys. Oh, I love to think of that would have happened to you without her. Well, Tootles. Oh, yes. About the substitution. Haven't you ever seen a cooking show before? I already baked the cake ahead of time, so forget it. Oh. Okay. Wow, we did it. We really did it. Great job out there team. Well, anyway, let's keep heading forward. Ich will aber, ich will aber das Ding noch sehen. Hm. Was war das? Da war doch gerade was. Hm. Naja. Egal. Dann gehen wir weiter. Und wir können speichern. Dann ja. An ominous structure looms in the distance. You're filled with determination. Okay. See that building in the distance? That's the core. The source of all power for the underground. It converts geothermal energy into magical electricity. In any way, that's where we're going to go. The core is an elevator directed to Asgors Castle. And from there you can go home. Okay. Ähm. Okay. Ähm. Die Zeit. Ähm. Ja. Die Zeit. Die Zeit könnte meinen, wir wären durch. Vielleicht sind wir das auch. Ja. Komm, wir sind durch. Wir sind durch. Wir sind durch. Wir beenden das hier. Messen. Ich speichern nochmal kurz. Ähm. Zack. Mit einer schönen Aussicht auf den Core. Und äh. Ja. Und würde ich sagen. Sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Wenn wir wieder einen Schritt näher sind. An unserer Freiheit. Macht's gut, Leute. Und schön. Wir sind durch. Wir sind durch. Wir sind durch. Wir sind durch.